Hallo Stadtgärten, ich bin hier im Gemeinschaftsgarten des SLUB TEXTLAB in der August-Bebel-Straße in Dresden. Wir haben hier angefangen eine S-Bauhecke zu pflanzen, verschiedene Kräuter, ein Hochbeet, verschiedene Plühstreifen und das alles zusammen mit den Mitarbeitern der SLUB. Ja, ich bin Anna, das aktuelle FSJ des PEXTLABs, dem Schreibraum der SLUB und wir haben dieses Gemeinschaftsgarten dieses Frühjahr aufgebaut und werden hier auch viele Veranstaltungen zusammen machen und wir haben auch einen Ideenwettbewerb ausgeschrieben. Das heißt, ihr könnt mitgestalten, zum Beispiel wie wir die Hochbeete anstreichen und wie es weiter ausgebaut werden soll und ich habe heute gelernt, wie man die Sträucher vermehrt. Und das machen wir hier am Beispiel mit dieser Stachelbeere durch Absenker. Dazu graben wir ganz einfach ein Loch, legen den Ast hinein, tun ein bisschen Erde drauf, dass der Bodenschluss bekommt, legen einen Stein drauf, den ich schon mal vorbereitet habe, dass der nicht rausrutscht. Gießen ein bisschen an und dann wird ungefähr bei guten Wässern und ähnlichen, wird er bis Herbst anfangen Wurzeln zu bilden und dann kann man ihn abschneiden und weiter verschenken und weiter vermehren. Bis zum nächsten Mal.